Mit den dunkelgrauen Liedern, so der Titel seiner ersten LP, ist er 1978 vor das Publikum getreten. An einem dunkelgrauen Novembertag hat Ludwig Kirsch seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Im Wiener Wilhelminenspital, wo er wegen einer schweren Lungenkrankheit behandelt worden ist. Sein hintergründiger Zugang zur Kunst spiegelte sich in seinen Liedern wider, aber auch in seiner schauspielerischen Tätigkeit, etwa 2004 in Reichenau in Tschechows Untergangskomödie Kirschgarten. Ludwig Kirsch wurde 65, wir haben mit Wegbegleitern gesprochen. Ja, ich werde singen und ich werde lachen und ich werde, es gibt's nicht schreien. Er hat viele Menschen zutiefst berührt, mit seiner leisen Poesie, aber auch mit seiner Verletzlichkeit und Nachdenklichkeit. Die Zuneigung des Publikums war Ludwig Kirsch bis zuletzt sicher. Natürlich schmeichelt es mir, wenn man nach 30 Jahren immer noch gefragt ist, unter Anführungszeichen, das schmeichelt schon, natürlich. Sein unerwarteter Tod löst heute in seinem Freundeskreis große Betroffenheit aus. Entsetzen? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach furchtbar, es ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben gewesen. Ja, nur für sie schlugt mein Herz. Emi Werner hat Ludwig Kirsch, als er schon erfolgreicher Liedermacher war, wieder ans Theater zurückgeholt. Zunächst in die Drachengasse und dann ans Volkstheater. Unendliche Trauer, unendliche Betroffenheit. Ich habe den Ludwig Kirsch sehr geschätzt als Mensch, als ganz tiefen, tief nachdenklichen Menschen. Und er hat als Schauspieler eine Qualität gehabt, die viel zu wenig ausgenutzt wurde. Und die Sänger- und Liedermacherkarriere hat das alles ein wenig überstrahlt. Mit dem Volkstheater war Ludwig Kirsch besonders verbunden. Ich glaube, dass Ludwig Kirsch eine Bedeutung für dieses Land hat und nicht nur für das Volkstheater. Er hat ja in vielen Theatern gespielt und hat Menschen glücklich gemacht und auch zum Schmunzeln gebracht. Auch in seinen legendären Liedern. Ernst Grissemann hat als erster in seinen Radiosendungen den Liedern von Ludwig Kirsch zum Durchbruch verholfen. Seine Lieder haben mir, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, wirklich vom Stand weg sehr gut gefallen. Ludwig und ich, wir waren auch befreundet. Dass das jetzt so endet, ist furchtbar. Noch gestern Abend hat Ludwig Kirsch seinen Manager Karl Scheibmeier vom Spital aus angerufen. Gestern hat er mir mitgeteilt, dass er entlassen wird. Und wir haben uns beide gegenseitiges Glück gewünscht und gute Besserung. Und das waren die letzten Worte. Seine Worte, die er auf unzähligen Aufnahmen hinterlassen hat, werden wohl noch lange weiterklingeln. Bitte vergesst sie nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.